Musik Christina Sprehe ist die Doppelgoldmedaillengewinnerin von Woklob. Nach dem Grand Prix Spezial gewann sie auch die Kür. Mit der SvA-Bus in der Hand, Christina Sprehe. Die Deutschen Meisterin der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Die Meisterschärfe. Die Stausröser. Die Reichtung der Hose, die Griffe in Landsberg-Vielen, die hat auch da nur sein. Die Reichtung der Deutschen Meisterin der Gäste von Woklob. Die Griffe in Landsberg-Vielen 2015 an Christina Sprehe. Applaus Musik 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 Zur Belohnung landete Christina Spreehe nach der Siegerehrung im Wassergraben. Applaus Was ist denn noch mit dir gebraucht? Ein Glück von der deutschen Meisterling von Christina Spreehe. Vielen Dank.